Ein fröhliches Miau! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge mit dem Folge 2. Unser Ziel ist weiterhin das Gebäude da zu kaufen. Das ist halt viel zu teuer. Ich brauche dieses Gebäude. Gib mir das Gebäude. Ich warte auf dich. Gönn mir das Gebäude. Ist das schief? Stimmt schon. Zumindest so, wenn man da rumschwirrt. So, oh Baby. Du musst den Patch vor dem nächsten Monat, vor dem nächsten Woche auspielen. Sehr elegant. Sehr schön. Nicht für die durchführen. Für dieses Spiel muss durchgeführt werden. Ich habe aber mit dem Spiel, glaube ich... Ja. Sehr schön. Wir haben einen halben Stern dafür. Wir haben einen halben Stern. Oh krass. Oh krass. Oh krass. Oh krass. Oh krass. Ja minus beide Sachen. Weil bis jetzt gemacht. Ja, kein Stress. Kein Stress. Das ist eine deutlich schlechtere Durchschnittsreihe. Aber sie lübt trotzdem. Sie wird lübben. Ich glaube dran. Ich glaube dran. Komm Baby. Komm Baby. Gönn mir. Gönn mir. Gönn mir. Gönn mir. gönnen 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 das g in tiger steht für gönnen gönnen immer zwischendurch mal sachen gönnen das kostet mich quasi nichts ja zu sehr für casual zu sagen aber mittlerweile irgendwas getroffen bei alpha bravo ich hoffe komm zeig mir was ich getroffen habe zeig mir was ich getroffen habe ja please zeig mir was ich getroffen habe ich weiß dass ich was getroffen habe ich habe safe was getroffen ja so was habe ich getroffen hat was getroffen jawoll ihr habt zwar zwei sachen getroffen zwei sachen habe ich getroffen das werde ich mal als nicht getroffen aber hey aber hey hau das ist die auto wenn die make money ja ich weiß ich habe es nicht schlechtes komm baby gibt mir money ich bin enttäuscht dass er keine marketingkampagne für dieses spiel durchführt ich bin wirklich grandios enttäuscht grandios machen wir das machen wir das machen weil es kann machen ja ich liebe die mein publisher kapkom ist scheiße publisher ist mehr so eine hassliebe aber ist hat ein großer publisher er ist halt public publik so wir müssen dann noch mal jeweils habe beim kapkom so ein bisschen betteln also wir kennen uns jetzt schon weißt du hast mit mir noch nie einen schlechten deal gemacht aber ich brauche auch mal deine unterstützung weiß ich brauche mal deine unterstützung indem du mir jetzt heiße indem du mir jetzt das gönnt meine marketingkampagne das wird mir extrem helfen wenn du mir eine marketingkampagne zuschieben könntest ja das würde extrem wichtig sein für mich weißt du kannst das für mich tun kannst mir eine marketingkampagne machen fall verbrauchen ja ww2 w hat will wer von hier wo ist militär wo ist weltkrieg da ich werde mal ganz kurz gucken was mein handy mir sagt ich werde mal ganz kurz sagen und schallen wichtig alles klar So, wie sieht es aus hier? Können wir ja, wollen wir nochmal hier so ein bisschen Corona verkünden, so weiß ich nicht. Corona, Corona für alle, Corona. Inzidenz unter 4, 4, ungefähr 3, unter 34, unter 3, na, sind Inzidenz Deutschland 30, unter 30 sogar. Kondig dich mal, wenn ich falsch liege in den Taten, weil er dann rauskommt, das Video. Wär's bitter, traurig, fail. Wär's fail. Wär's fail. So. Oh, 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 oh. Sender Bugs, ich habe eventuell vergessen, die Quali anzusetzen, auf Bugfixing. ja passiert herr kommissor das passiert zwischendurch mal ein bisschen geld wie höchstel bedoffen mani 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 bitte 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 so damit ist dadurch damit ist der bericht abschließend und ablöschung geben ja wo Updates. Ben, 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 Ben. Give me some money, please. Give me some money, please. Oh Gott, hat was geknackt. Mein Handgelenk hat geknackt. Mein Rechtshandgelenk hat sich gerade geknackt. Oh, das tut sogar weh jetzt. Oh, das war kein guter Knack. Ui, das war kein guter Knack. Das war kein guter Knack, Leute. Habt ihr gehört? War kein guter Knack. Kein guter Knack, Mensch. Mensch und Kinder, kein guter Knack. Kein guter Knack. Kommt, Leute, macht. Gib mir. Warum gibt ihr mir denn kein Hype? Macht doch Hyperino. Hier, macht doch Hyperino. Nichts Fleischwerbung. Hier, keine Werbung. Hyperino. Mach doch. Was? Und was dann? Und was denn? Ist das leer oder was? Was? Wie ist das? Ist das dann kaputt? Oder was ist dann? Hm. Was ist denn dann? Ich weiß doch nicht. How does it see out, wenn we make a update? Ist das die U-D-Idee? Ich finde, das ist eine super U-D-Idee, wenn wir make a update. Update, update, updates. Updates für alle. Free updates. Hier, bidi, bidi, bidi. Update, update, update. Mach mal. Das müssten 80er sein. Das müssten sogar 90er sein, glaube ich. Alpha Bravo. Was sagt Alpha Bravo? Das muss ein richtig gutes Spiel sein. Das hat 90er. Oh, ich habe so viel gehört. Oh, das ist das Spiel. User-Bewertung, glaube ich. Oder, 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 oder. Das spielt alle Zeiten. User-Bewertung. User-Bewertung. BUFS Da bin ich dabei. 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 Die User-Bewertung. Die User-Lieben Alpha Bravo. Aber die lieben. Wer liebt das Spiel, mà lieben das Spiel. ich habe nur die warum aber die laufen die lieben dieses spiel das macht richtig cash das ding das wird cash abwerfen hoffe ich so kommt leute ich habe neue tolle spiele veröffentlicht ich kann ich hatte die kinder 40 prozent ja und was dann was dann ist dann schöne sonne oder was hat ich sind da und wurde verließen dort war die sind dann schon dann die sonne über über schliefig holstein oder ich weiß es doch nicht was dann passiert so leute hat da sagt mir auch einfach was dann ist der meister so kommt hat mich entwickeln 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 so kommen wir machen sogar noch für das addon update ich weiß mache eigentlich nie update uns also so richtig update wie nie so richtig aber jetzt ich bin mal nicht ich bin nett und update hier sachen so neue kann ja leck mir so teure sachen jetzt in zukunft die hier kommen wir kommen hier richtig shit hier kommt richtig shit hier kommt ja richtig shit so wie sieht's aus soll ich mich mal hier rüber setzen ich setze mich mal rüber ich helfe an meinem kollegen in dem ich ein bisschen mithelfe start automatik tut mal zusammen ihr packt das zusammen wir packen dass wir packen dass wir packen dass wir machen wir pro monat wie viel machen wir pro monat leute sagt mir wie viel wir pro monat machen um 60 nicht genug höhere spiel länger ich wünsche mir auch sehr viel ich wünsche mir auch immer viel wenn er tag lang ist also das spiel wird auf jeden fall auch an klapp ein klapp aus nie wieder ab hier wir tun wieder abnehmen so leute primitive physik müsste langsam fertig werden damit wir ein spiel entwickeln ja ich würde gerne ein spiel entwickeln ich hab bock auf spiel entwicklung ja ich will spiele entwickeln nicht hier 10.000 jahre rum hantieren zudem habe ich auch motivation mich zu vergrößern ja ich war es zu die bank will mir auch eigentlich kein geld leihen ich finde es enttäuschend ich bin wirklich enttäuscht dass mir die bank kein geld leihen will ja die bank will mir auch kein geld leihen die bank gönnt mir auch nichts ja die tut mir auch nichts gönnen die bank ich verstehe auch nicht warum mir die bank nichts gönnt dann tue es nochmal hier für 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 das spiel ein wunderschönes patchchen rauszupatchen ein wunderschönes patchchen zu patchen dann setzt die mich hier hin was können wir noch entwickeln nichts gut jetzt einmal dann dahin so wir haben schon 2700 wir haben schon 700 wie her 700 money getakt so deswegen werden wir jetzt einfach neues spiel entwickeln wir werden die fortsetzung jetzt entwickelt zu zu dem hier zu meinen also meinen also meinen kann das sein dass die alpha bravo hat schon die bessere krasse 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 mal bitte oder machen wir mal dat mama dat mach mal dem einers fortsetzen oder hat mir das wird kauft einheiten jetzt nicht so viel getakt oder bin mir da unsicher meiner ist monos drei kommen als nächstes wumms falderer nach ja ich muss ja erst meine engine entwicklung voll idiot oder machen wir lieber auf immer sicher und entwickeln ich will meinen eigentlich oder eigentlich ich bin doch ich bin so entschlossen ach du scheiß ich habe neue hohe 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 so den spiel hier den spiel 77 80.000 zu teuer muss man die günstigere enden die ich schon letzten die ich schon mal ja die ist das dann war doch lieber hier normal die hier ist günstiger zu updaten jetzt von 78 79 auf 80 geschickt die schick koste jetzt 15 5 prozent herzlichen dank war ganz kurz gucken engines alles klar ich bin genauso toll spiele mit dieser engine spiele mit dieser innen also es gibt es anscheinend engine ist echt so ist also doch nicht so das heiße pflaster mittlerweile gehe ich wirklich ganz ehrlich wir gehen mit diesem spiel und wiki hier mit diesem spiel weil sie brauchen die brauchen halb ja die brauchen den halb die wollen mich lieben mich die brauchen hype so neue ist der neue 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 schnipp schnapp hier schnipp schnapp schnupp hier bitte 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 macht meine engine für dich danke schön so spielen wie geht in fortsetzung zu werden einfach zu drehen nichts machen oder macht man spinoff macht man spinoff zu drehen nichts oder machen wir machen kein spinoff oder wir machen kein spin-off machen die fortsetzung oder wir machen drüben x4 bum 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 also sind sie eigentlich alle richtig alles richtig sehr schön zack mit geilste engine of the world ja hier mit dem da da gibt es mittlerweile plattform nicht mehr genutzt wird ich will dich nicht so bum 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 alles perfekt passt 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 alle geeigneten features wusch sehr schön ab geht's hi gott hat hat mir hi es ist teuer wo ich wo ich wo ich meine mitarbeiter hin geht doch an das tolle klavier geht doch nicht mal auf dem setel geht doch mal aufs klavier das klavier ist viel gealter ich würde aufs klavier gehen wenn ich du wär du gehst doch jetzt eh sofort wieder auch gut so wie sie das us alpha bravo hat schon mehr gemacht als sein vorgänger nicht das richtig bei meiner ip wenn ich das mal ganz kurz prüfe alpha bravo overlord hat weiß ich nicht wie viel hat overlord gemacht warum kann ich das hier nicht bei meiner ip sehen dann machen wir er umsatz also gewinnen gewinnen da sind wir bei dragon x sehr weit hoch das verwundert mich dass wir hier mit alpha bravo also in fort dem nachfolger so weit unten sind also ganz klar dragon x ist also die die dragon x ip ist ganz klar verkauft also gewinntechnisch meine beste ip muss man ganz leider ehrlich sagen alpha bravo hat deutlich mehr gemacht also bravo 2 ist noch quasi in den startlöchern sorge bei gesamtumsatz dann sind wir mit alpha bravo auf platz 4 ok overlord ist platz 5 trotz das ist die hohen preis 1 million habe ich mit ist das schon krass hier der sprung die die man könnte eigentlich alle anderen alps als verkackt abstempeln aber ich kann halt nicht nur die 1 ip fortsetzen weil dann sagen wir versuchten die fluss legt in andere die 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 ich hoffe dass wir mit alpha bravo also dem addon auf jeden fall gewinn machen das ist wichtig also hier muss wirklich gewinn kommen und hier hoffe ich dass wir die 200 knacken das wäre sehr schön hier bietet die 200 will ich sehen ich will hier 200 sehen zeichern das ist das schon mal gut das hier bald plus fit macht ist auch wichtig hier noch nicht ganz fertig nach der bericht bis 90 wir haben trotzdem noch wachs wir haben noch immer wachs das toll hoch gott ach gottchen wird das toll das spiel ach gottchen wird das super ach gottchen wird das toll so leute ich brauche money ok kopierschutz wurde freigeschaltet ja danke so baby ich muss mir mal ganz kurz die nase putzen die mama deswegen kurz ein cut bis äh gleich so ein bek wir gehen liegen wieder los so kule marco weil man noch hängen und mal noch ein bisschen um entwickeln ach da nur einfach abschließen einfach abgehen und sagen publisher wer will markt stärke pony kapkom jetzt warum katari noch nicht will weiß ich bleiben die mani kapkom ich will zu kapkom kapkom du magst mich habt mich lieb absolut das gameplay und die handlungen sind absolute spitzenklasse garantierter spiele spaß was die grafischen infekte angeht braucht sich die spiel zu der konkurrenz nicht verstecken guter durchschnitt bei der sound untermalung wurde zwar nicht gezaubert kann sich aber hören lassen erschrecken wie einfach die bedienung von der hand geht sie ist perfekt das spiel ist ein absolutes muss für genre fans top 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 also wieder meine üblichen probleme leider so leute muss doch jetzt endlich mal cash das hat sogar so viel cash hat wir sogar schon 0,6 wie her schon 0,6 da würde ich gerne mal kurz kurz meine ip gucken was denn meine ip sagt dazu ist noch einmal ein halter stelle aber wir haben neuen high end titel und schon dreimal hit 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 hier ist die hitschmiede und wir haben noch immer gewinnt trotz meiner hohen ausgang des neuen spiels von 200.000 hat mich das spiel gekostet das macht richtig money augen halle OR halli jane soll sogar ohne hallen er sich ist sogar noch noch einen aktiven Halleluja Halleluja 3 im ersten Wir werden locker in der nächsten Woche Mit Leichtigkeit Eventuell Weiß nicht Was ist das? Was macht man dann? Ich weiß nicht 6? 7? Komm gib mir die 8 Ich wäre glücklich wenn ich eine 8 sehen würde Da muss eine 8 Hätte ich gerne eine 8 oder höher 8 oder höher Gib mir die 8 Baby Ich bin enttäuscht Du bist ein Flop Du bist gefloppt Baby Warum ist das Marketing so schlecht? Capcom mag mich nicht Ich weiß nicht warum Die mögen mich nicht Die mögen mich nicht Die don't mark me Die don't mark me Die mögen mich nicht Die mögen mich so gar nicht Die gönnen mir nichts Die gönnen mir nichts Ja ich mach mal wieder hier Spiebericht zur Vollständigkeit Wissen haltet Das ist ein super Titel Wie ich weiß es Du weißt Das ist ein super Titel Das Spiel Da ist alles richtig Da habe ich alles reichlich eingestellt Da ist nichts falsch Ne da ist alles super Der Vorgänger vom Markt Hat mir nur fast eine Million Eingebracht Verkäufe Mastik 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 Mitleben Sagt mir warte ich hier 93 Ist ok Ist ok Ist ok Ist ok Ich brauche jetzt nur noch eine Mark Nur noch Support Support ist absolut katastrophal aktuell So wir müssen jetzt unbedingt mal ein bisschen Auftrag verwalten Oder machen wir noch ein Update Wir machen auch ein Update We make noch ein Update Damit die Spieler mir nicht noch mehr mögen Make an Update for my game Update Update Save Games Ja Wichtig Leute Wichtig So wir machen sogar für das Für Alpha Bravo Naja auch ein Klang mit Update Da das kriegt auch von mir ein kleines Ein kleines Update Mini Update Mini Update Sogar mit neuer Musik Gibt es ja sogar neue Musik Das Update kriegt sogar neue Musik Es hat sogar mein Ziel von 200.000 Weil ich das gestellt habe Sogar erreicht Wunderschön Wunderschön Ich sehe da noch mehr Ich sehe da mehr drin Ich sehe da mehr drin Leute Ich sehe hier Geld Die Bank will mir doch sicher Ach die will mir neu mal nichts geben Das ist eine scheiß Bank Ich kann nicht die Bank wechsel Nein Schade So Leute Macht mal hier Macht mal Nein Ich muss doch erst Ein Add-On entwickeln Leute Ich muss doch erst Ein Add-On machen Ich muss doch erst Ein Add-On entwickeln Gibt die Quali Die Quali hat auch Ein sehr schön Die Quali kann auch mal was machen Auftrag Qualitätssicherung Die sind begeistert Ja ich bin auch ganz begeistert Von diesem Spiel Ich bin aber enttäuscht Da das so floppt Habe ich zu wenig geupdatet Oder Was ist das Problem Was ihr mir verkaufen möchtet Ich habe doch schon Drei Updates Worausgepflungen Ich habe doch schon Drei Updates Worausgehauen Ich habe doch schon Geupdatet Leute Du Englix Hier Ja Bitte Danke So Add-On Neues Add-On Du Englix Hier hast du das Bum 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 Bitteschön So Halt Kopierschutz Gibt kein Hat noch kein Doch hier ist er Hier ist der neue Kopierschutz 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 Kopiers 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 Bugfixen 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 Mann das noch schnell fertig Dann ist es auch gut Für die Folge Also von DragonX4 Ich bin nicht enttäuscht Ich will wirklich sagen Bin ich enttäuscht Abtäher Das gefällt mir Muss dann noch ein paar Bugs Raus Patschen Dann gebe ich Das raus Kommt Leute Kommt Leute Sehr schön Entwicklung abschließen Hätte um den Papierschelter Gehen Capcom liebt mich Die lieben mich 80 Hit Oh deswegen würde ich mal ganz Körner gucken Oh ich hab Ohohoho Sogar Ich kriege sogar von denen Und von denen Also Capcom will mich Die wollen mich Oh 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 Warum wollen mich Ja das ja herz allerliebst Warum wollen die mich denn alle herz Ich weiß noch wie ich damals Es geschah Ja endlich Ja endlich habe diesen scheiß Negativ trend Mit dem Ad-on berufen können Beheben können Das ist wichtig Ad-on Ach komm mach alles Mach mal alles Außen Steuerung Steuerung Kann ich Gönn dem mal ein Update Ja Vielleicht kriegen wir sogar noch die 300.000 hin Wer weiß Who knows Who knows So Wie sieht es aus mit Auftrag Nehmann mach mal nochmal ein Update Wir machen nochmal ein Update Hier findet ihr da Wumm Wumm Und Wumm So Update Fertig Und jetzt kann ich Werde ich mich zurücklegen Und Aufträge machen Aufträge Zunämlich Auftragsarbeit Kurz Warte 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 Ich will mal ganz kurz gucken No 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 Und das könnte man Das könnte man auch hinkriegen Für 24.000 Aber He 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 Nee Lohnt sich nicht Für mich Plattform Ja Nee Nee Né Nee Né 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 So, damit würde ich sagen Wir haben schon die 30 Minuten überschritten Deswegen wünsche ich euch noch ein wunderschön Wunderschön, wunderschön Ich versuche wirklich das Gebäude zu kaufen Und es fehlen ja nur noch 50.500.000 Also nur noch mal unser gesamtes Vermögen So viel sehr nah ist Weil die Bank will uns ja gar nichts geben Ich hasse meine Hausbank Ich will meine Bank wechseln Bis dahin, bye bye